Musik Scheiße Musik Gnumpferei 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 Mr. Brown is in a hurry. Today the traffic is very heavy. Very heavy. So Mr. Brown decides to take a shortcut. Decides to take a shortcut. Decides to take a shortcut. In order to arrive in time. In time. You are late, Mr. Mönchinger. Ja, entschuldigen Sie. Ich weiß, aber ich kann nichts dafür. Ich hab einen Plattenkopf. In English, please. Yes, Miss, sorry. I have a platten... A platten... A plattenfuss in my bicycle. Da braucht sie gar nicht lachen. Sit down, Mr. Mönchinger. You were late yesterday. You were late the day before yesterday. And I'm so tired of your excuses. Was is? Sie sollen sich hinsetzen und am Diktat teilnehmen. Diktat, jawohl, please. Was haben Sie da gemacht? Ich? Gar nichts. Wieso? Ja, aber Sie haben doch eben was gemacht. Der Boste? Ich sag Ihnen eins, Herr Mönchinger. Machen Sie nur weiter so. Bei Ihnen seh ich sowieso schwarz für die Prüfung. Quiet, please.